Also, dieser Vorfall. Filmriss. Wie auch immer. Frau Reimel, wir können uns übrigens auch tutzen. Nennen Sie mich einfach Peter. Lieber nicht. Ja, um es kurz zu machen, Sie werden Ihre Sozialstunden in der EZ-Hilfe abarbeiten. Und wenn nicht? Frauengast. Das gehört zu Ihren Bewährungsauflagen. Montag fahren zu haben. Ich bin nicht verraten, ich bin schon. Gein Problem. Nee? Nee. Du bist doch die Schule, Wetter machen. Wieso? Wieso, Wetter machen? Wicht, jung, jung. Untertitelung des ZDF, 2020